Hier ist der Sport und in dem Fall der Straßenfußball der Zugang. Du musst im Sport immer Regeln beachten und das ist ganz wichtig, dass Kids sich daran gewöhnen müssen, die Regeln in 1 zu halten. Ich bin in der Mannschaft Kickers und die Regeln sind, wir dürfen nicht treten oder schlagen. Man braucht einfach nur einen Anschubpartner. Bei mir ist es noch besser, weil ich das wirklich vorleben kann und vorgelebt habe, immer wieder aufzustehen. Und das ist gerade im Sport wichtig, wenn du eine Niederlage hast, da eben wieder rauszukommen und zu sagen, hey, probiert einfach nochmal, egal. Es ist egal, ob wir verlieren oder gewinnen, wir sind hier nur zum Spaß hier. Für die Jugendlichen hat es insofern einen wahnsinnigen, wahnsinnig positiven Einfluss, weil sie das Gefühl haben, es interessiert sich jemand für sie. Sie schauen sich das Projekt an, sie beugen sich runter und hören, was die Kinder zu erzählen haben. Sie sind beeindruckt. Die Jugendlichen hat es insofern, was die Kinder zu erzählen. Sie sind beeindruckt. Sie sind beeindruckt. Die Jugendlichen hat es insofern. Die Jugendlichen hat es insofern. Sie sind beeindruckt. Sie sind beeindruckt.